So, jetzt zeige ich dir mal was da. Unglaublich. Unglaublich. Da hat er jetzt tatsächlich einer da die Sonnenblumen abgeschnitten. Mitten in der Nacht kommt da einer und knickt die Sonnenblumen rum. Dort. Und dann hat er es nicht weggekriegt. Und dann hat er die da abgeschnitten. Aus meinem Garten. Das ist da Sonnenblumen-Räuber. Ich finde das unverschämt. Und wenn ich den erwische, dann kaufe ich dem einfach eine Sonnenblume. Gell?